In der heutigen Zeit gibt es zahlreiche Magglichkeiten, um das Aussehen und die Funktionalität der ZA nie zu verbessern. Eine davon sind Zahnkronen, die in der Zahnmedizin immer haufiger zum Einsatz kommen. Doch welche Vorteile bieten Zahnkronen und F A 1 Viertel erwähnen sind sie geeignet. In diesem Video werden wir uns genauer mit diesem Thema befassen. Zahnkronen sind maigefertigte, K 1 Viertel in ästliche Kappe, die A 1 Viertel BER einen beschadigten oder geschwatschten Zahn gelegt wird. Sie dienen dazu, den Zahn zu K 1 Viertel 10, seine Form und Funktion wiederherzustellen und das Aussehen zu verbessern. Zahnkronen kann in aus verschiedenen Materialien wie Metall, Porzellan oder Zirkonium hergestellt werden, je nach den individuellen Bäder 1 Viertelöffnissen und Vorlieben des Patienten. Einer der GAA-Eiten-Vorteile von Zahnkronen ist ihre Haltbarkeit. Im Vergleich zu F A 1 Viertelungen oder anderen zahnmedizinischen Behandlungen kann ihn Zahnkronen jahrelang halten, wenn sie Ordnungsgemaei gepflegt werden. Sie sind stabil und widerstandsfähig gegen A 1 Viertel BER Kauen und anderen Belastungen im Mund, was bedeutet, dass sie eine dauerhafte Lassung F A 1 Viertel R beschadigte oder geschwatschte ZA nie bieten. Ein weiterer Vorteil von Zahnkronen ist ihre ästhetische Qualität. Da sie mai gefertigt sind, kann in Zahnkronen so gestaltet werden, dass sie perfekt zu den natta 1 Viertelrichen ZA niemen des Patienten passen. Sie kann in Farbe, Form und GAA angepasst werden, um ein natta 1 Viertelriches Aussehen zu erzielen und das Latschellen des Patienten zu verbessern. Zahnkronen kann ihn auch dazu beitragen, dass ZA nie, die durch Karies, Bra 1 Viertelchi oder andere Probleme beeinträchtigt sind, wieder asthetisch ansprechend aussehen. Zahnkronen bieten auch einen funktionellen Nutzen. Indem sie den beschadigten Zahn bedecken und stabilisieren, kann ihn Zahnkronen dazu beitragen, dass der Zahn seine normale Funktion wieder erlangt. Dies kann dazu beitragen, dass ZA nie besser kauen und sprechen, was die Lebensqualität des Patienten verbessert. FA 1 Viertel R, wen sind Zahnkronen geeignet? Zahnkronen sind eine vielseitige Lassung FA 1 Viertel R, eine Reihe von zahnarztlichen Problemen. Sie kann ihn zur Behandlung von abgebrochenen, stark abgenutzten, werfererbtehen oder unastetischen ZA-Nienen verwendet werden. Zahnkronen kann ihn auch zur Fixierung von Zahnbra 1 Viertelzeiten oder Implantaten eingesetzt werden, um fehlende ZA nie zu ersetzen. Dara 1 Viertel BER hinaus kann ihn sie zur Behandlung von stark Kariesen ZA-Nienen oder zum Schutz von ZA-Nienen nach einer Wurzelkanalbehandlung verwendet werden. Es ist wichtig zu beachten, dass Zahnkronen nicht FA 1 Viertel R jeden Patienten geeignet sind. Bevor eine Entscheidung A 1 Viertel BER die Verwendung von Zahnkronen getroffen wird, sollte eine GAA 1 Viertel endliche Untersuchung durch einen Zahnarzt erfolgen, um festzustellen, ob diese Behandlung die richtige Option ist. In einigen FA-Len kann in alternative Behandlungen wie FA 1 Viertel Lungen, Veners oder Zahnersatz eine bessere Wahl sein. Zusammenfassend bieten Zahnkronen eine Vielzahl von Vorteilen, darunter Haltbarkeit, A-Sthetik und Funktionalität. Sie sind eine wirksame Lassung FA 1 Viertel R beschadigte oder geschwatschte ZA-Nähe und K-Nähe dazu beitragen, das Latschellen und die Lebensqualität des Patienten zu verbessern. Wenn Sie daran interessiert sind, mehr A 1 Viertel BER-Zahnkronen zu erfahren und herauszufinden, ob sie FA 1 Viertel R sie geeignet sind, sollten Sie sich an einen Zahnarzt in Ihrer Nahe wenden. Hmm.